... ... ... ... So, meine Damen und Herren, willkommen zum letzten Kampf vor der Pause. Mit einem 81 kg C-Klasse in der roten Ecke. Benni Nasev in der Runde gegen Akku zur Rutscher Boxringbosch. Ringfrei Runde 1. Ringfrei Runde 1. Ringfrei Runde 1. Ringfrei Runde 1. Vielen Dank. 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 ...